Ich wäre gern Bundestagsabgeordneter, deswegen trete ich auch in Kreuzberg-Friedrichshain zur Bundestagswahl 2021 an. Noch häufiger den Hang zur Ironie und zur Satire. Beides vergeht mir gelegentlich. Ich sorge immer dafür, dass wir uns hinsetzen, damit mir das nicht passiert. Ich habe keine Nackenschmerzen. Ich gucke eh auf Leute herunter, wie jetzt auch in diesem Fall. Auf Sie beide, auf Sie drei. Ich habe hier trainierte Muskeln.